Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist. Also du hattest 90 Minuten Zeit, vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen. Also ich verstehe die Fragen schon ganz gut, aber ein bisschen langsamer wäre schon klasse. Danke, dass das so schnell umgesetzt wurde mit dem langsamen Spanisch. Okay, Englisch, now you can go. Thank you.